Oder? Ich schmeiße weg. Ich bin fair und schmeiße einfach weg. Moin Kinders und herzlich willkommen zu Minecraft Wizard Empire. Heute wieder mit dem sagenumwogenen Grubenkind Lobius LP. Ja und er ist ein Grubenkind. Und ich habe immer noch so einen scheiß Legs. Echt? Ja. Beheb die mal. Deine Zuschauer wollen was sehen. Und nicht so ein Noob wie dich. Das war jetzt gerade mächtig Noobig von dir. Ja das war echt mächtig. Der dich unterstützt hat. Freut mich auch. Wer hat sich nur überlegt mich auf die Welt zu bringen. So schon wieder verbaut. Und ich habe noch drei, vier Copilistons. Dann ist es vorbei. Dann habe ich nichts mehr. Musst zurechtkommen. Leute ich versuche es einfach nicht zum Leggen zu bringen. Ganz einfach. Wo kriege ich jetzt kommt es da und her. Und Baumwachse mal. Oh das war Wohlenmehl. So. Regenwurst. Wo kommt jetzt Koppel her. Ich glaube ich muss doch mal kurz aus meinem Haus raus. Woran hängt sie jetzt? Sieht doch schön aus. Woran hänge ich? An dem Papier? Zipfel. Papier. Klar. Zipfel. Zipfel. Oh jetzt habe ich mich verbaut. Da hier aber steigen. Da. So. Was machen wir jetzt? Wir machen das jetzt mal so. Ich spring da mal kurz hoch. Dann mache ich hier eine Decke drauf. Am besten hier so. Koppel, Koppel, Koppel. Koppel, Koppel, Koppel. Koppel, 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 Koppel. Koppelstein. Koppelstein, genau. Koppelstein. Genau. Läuft bei mir, ne? Wir haben blauen Schlau gelöst. Wir haben blauen Schlau gelöst. Wir haben blauen Schlau gelöst. Ich glaube ich sollte mein... So, wenn wir jetzt hier wieder raus. Also ich lasse diese beiden Regenbogenbäume da wo sie sind. Kannst du das machen? Die sind richtig cool. Weißt du was ich jetzt noch mache? Genau, das mache ich jetzt noch schnell. Ist deiner schon gewachsen? Mein Pipi-Bahn ist schon gewachsen, ja. Dein Regenbogenbaum? Dein Pipi-Bahn ist gewachsen. Nee, das will ich gar nicht wissen. Bäh! Bäh! Verdetta! Nee, aber gewachsen ist er noch nicht. Leider. Schade. Wohin hakt sie jetzt? Oh, ich muss hier noch überall reinlaufen. Kann ich hier... So, äh... Nein! Verbaut. Na, schon wieder so viele Äpfel. Ich muss aufpassen mit dem Chunk. So, ähm, ähm, ähm. Der Chunk ist... Können wir hier reinpacken? Genau, in dem Baum zu Ende kann ich mich noch nach oben bauen. Super. So. Zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. Und machen wir zu. Lol, hier ist schon wieder so viel Mist an Farbe. Und Goldäpfeln. Oh. Oh. Was denn? So. Ich hab die erste Ebene zu. Du glaubst es nicht. Ich hab die erste Ebene zu. So viele Fak... Oh, ne. Oh, ne. Ach. Super nice. So, jetzt bräuchte ich noch einen... Hast du zwei Steine Opal zufällig? Wobei, in deinem Loch... Nein. In deinem Grube ist... Nein, kann ich... Nein, hab ich nicht. Pst, pst, pst. Das weiß keiner, nein. Ich brauch nur zwei Opalsteine. Darfst du die abbauen? Wenn ich sage, du darfst abbauen, darfst du sie abbauen? Ja, ja, klar. Wir haben uns ja geeinigt, dass wir den Spalten jetzt unten einfach abbauen, oder? Dass jemand rumpitscht. Ja. Hey! Ja, das hat er jetzt gerade eben gesagt. Ho, ho, ho. Ganze Joke-Gleichung. Oh, ist das Schläge bin ich. Ne, ich lass das so, wie es vorher war. Warst du hier, Sahal? Alter, du siehst zwei Regenbogenbäume, dann weißt du, dass ich da bin. Ah, oh. Ja, die sind ziemlich hoch. Holla, die bei Fee. Zumindest weißt du jetzt, dass ich da wohne. Und du musst den Grubeneingang benutzen. Das ist mein Haus. So, ähm, machen wir uns hier noch einen Weg lang. Weil jetzt bauen wir uns nach oben. Alter, das leck. Ich kann genau noch fünf Steine. Ja, super. Und schon ist meine Spitzhacke im Arsch. Ey. Hilfe. Hilfe. Ich hab hier so viel Scheiße. Die Farben gehen mir auf den Piss. Also wenn du genug Bäume hast, Regenbogenbäume, dann weißt du, wie es mir geht. Glaub mir. Weil du grad so viel Zeugs abfarmst. Du darfst die Regenbogenbäume nicht abfarmen jetzt. Hat nichts mit Bildung zu tun. Wieso? Das ist mein Haus. Ja, aber das ist nichts mit Bildung. Oder hast du jetzt den Grund, die Bäume wieder abzubauen, weil sie dir im Weg stehen? Ja. Ich steh mir wirklich im Weg, weil ich da mein Haus baue. Okay. Ja, nur. Weil ich mir ein Baumhaus baue. Okay. Falls du es gesehen hast. Ich baue mir nämlich jetzt auch so schön ganz viele verschiedene Stationen in den Bäumen. Und dann geht's halt weiter hoch. In die Luft. Ich fäge grad ein, dass ich noch dahin muss. Zack, zack. Und hier. Nee, auch nicht. Opal? Opal. Dann koch mir mal mein Opal, Chef. Nee. Was? Was? Ich soll dein Opal kochen? kochen? Der Regenbogenbaum wächst immer noch nicht. Dieser Dödel. Kann ich den jetzt wenigstens hier ansetzen? Ja, es geht super. Mach mal schneller. Ofen. Alter, das sieht richtig schön aus, finde ich. Oh, ich wäre fast runtergefallen. Das wäre scheiße. Hol mir jetzt mal schnell eben meine Fackeln. So. Ich versuche das auch ohne Lecks hinzulegen, was ich hier mache. Okay, ich habe noch Holz. Ich lasse auch die Bäume so wie sie sind, so. So. Da habe ich ein paar Fackeln. Das kann noch weg. So. Weg damit. Ich schmeiße mal die Goldäpfel weg, weil theoretisch gehören die ja nicht dazu, ne? Ja, wegschmeißen musst du die ja nicht. Ja, aber wenn ich den Baum da abbaue und ich schmeiße die ganzen Sachen weg, außer die Goldäpfel, so, hier kommen noch zwei hin, oder passt's? Dann sollte ich die natürlich auch wegwerfen, oder nicht? Nee, nicht. Wenn nicht, dann benutze ich die halt gar nicht. Pack ich, schmeiße ich. Weißt du was? Ich schmeiße einfach weg. YOLO. Oder? Ich schmeiße weg. Ich bin fair und schmeiße einfach weg. Genau, mach das. Damit ich keinen Regelverstoß bekomme, schmeiße ich sie weg. So, äh. Ja, passt noch. Okay. Swag, Hipster, Jung. Jo, was geht? Voll hell hier. So, das war's mit den Fackeln. Ich hab keine mehr. Fackel, 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 die Fackel. Schiert! Ich bin Fackel, die Fackel, die Fackel. Aber obwohl. So. Hat sie mir nicht nur ein Arcane Sex? Achso, da ist es doch. Was? Ich brauch keine Fackeln. Ich brauche... Da das und hier das. So. Hä? Äh? Eliti? Huh? Huh? Achso, ich hab die ja gar nicht mehr. Ich bin ein Dödel. Muss ich mir mal welche machen. Fangen wir mal wieder an zu zaubern. Weil ich nichts zu essen hab. Und zwar brauch ich was zu essen. Machen wir uns mal. Ähm, hab ich noch? Ja, ich hab einen Regenbogen-Sitzling. So. So, ich hab mich verbaut. Wieso auch immer der nach unten geht, verstehe ich nicht. Aber wir lassen es einfach mal so. So, zack. Boah, jetzt was in die Hose geht, tue ich noch lieber das auch rein. So. Weiter geht's. Also, wie machen wir jetzt hier weiter? Der Boden, soll der aufs Erde bleiben? Oder soll der doch lieber... Machen wir erstmal das Bett. Das Bett kommt. Unter Sternenhimmel. Da kommt mein Schlafgemach nicht hin. Ähm. Gut wär mal, wenn ich mir hier oben so eine Werkbank hinbaue. Ich glaub, ich mach mir noch ein Bett. Dann gibt's ein Doppelbett. Uh, ja. Ein König braucht ein Doppelbett in seinem Königreich. Wie sieht's von der Zeit aus? Gut. Zehn Minuten haben wir noch. Okay. Wolle hatte ich... Wolle hatte ich wo? Wolle, 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 Wolle. Ja. Fällt ja noch überall was raus. Egal. Es wird schon wieder dunkel? Ja. Ich würde gerne sehen, wie mein... Hier ist ein Wanderer, der ist zu mir gelaufen. Hallo? Achso, du bist der mit der Hose. Eventuell. Der hat auch manchmal andere Sachen drin, ne? Das gibt's doch nicht. Ja, außer der. Der hat immer nur ne Hose. Was? Echt? Hat der ne Hose? Ja, so ne Gold, glaub ich... Oder? Was ist Gold? Ich weiß es nicht genau. Zumindest lohnt sich das nicht bei dem. Hallo? Okay. Jetzt hab ich die Fackel da reingeschmissen. Ich hab die Fackel wieder. So. Ähm, da ist noch Holz. Das nehm ich mir mit. Wo bin ich noch Holz? Der Regenbogenbaum ist immer noch nicht gewachsen. Das finde ich ziemlich akkumulacke. Wie gesagt, lass ihn sein. Gib ihm die Minuten. Die Sekunden, die er braucht, um... Manchmal hab ich fünf Minuten. ...zu erblühen. So. Ich versuche demnächst irgendwie... ...meinen Weg mal nach oben zu bauen. Wo ist mein Holz? Dann wieder. Wieso find ich das nie? Da ist es. Also ich find mein Haus... ...mein Baumhaus... ...schon mal richtig gut für den Anfang. Ist zwar ein bisschen umständlich zur Zeit. Was brauch ich noch? Eigentlich nichts mehr. Aber ich find, es sieht schöner aus. So. Dann bauen wir mal die... ...Holzkisten ab. Zack. Gehen wir da lang. Gehen wir da lang. So. Können wir hier nochmal zwei hin machen. Und dann kann ich mir auch schnell neue craften. Jetzt muss ich mich aber echt beeilen, bevor das Zeug wieder distroppt. Ist ja nicht so cool. So. Muss es schnell gehen. Dann haben wir jetzt auch ein paar. Wieder neue. So. Und dann können wir uns jetzt weiter nach oben bauen. Obwohl ich jetzt hier eigentlich... Mach mal erstmal hier hin. Ein Bäumchen hin haben wollte. Obwohl, nee. Gar nicht. So. Passt schon. Okay. Einfach rein damit. Einfach rein damit. Einfach rein damit. Danach kann ich es immer noch sortieren. Bevor das jetzt... ...die spawnt. Das wäre nicht so cool. So. Einfach weg damit. Einfach alles weg damit. Ja, ich muss sagen, es sieht schon mal richtig schön aus. Ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, die heißt, dreimal aufs Holz geklappt. So, so. Was ist das jetzt erst? Ja, ich verstehe nicht, warum ich die jetzt erst kriege. Weil ich hatte die schon. Ja. Da. Haben wir auch schon so. So, die Truhe ist noch nicht voll. Fällt mir gerade auf. Ich finde es gut, dass es nicht regnet. Finde ich auch gut, dass das weg ist. Dass es nicht aktiv ist. So. So, ich mache jetzt hier noch mein Kontrollsystem. Äh, Truhenfüllsystem. Oh. Echt? Ich habe alles eingesammelt? Cool. Wieso habe ich so viele Truhen? Geht hier gar nicht alle gefüllt. Okay, hier hätte ich so einen Holzblock hinmachen sollen. Balu. So. Warte mal. Machen wir mal so eine Verbindung. Hinein. So. Ich habe jetzt insgesamt fünf Truhen. Von den fünf Truhen ist eine Truhe eine Safe-Kiste. Und dann habe ich noch zwei Truhen frei. Da ist nichts drin. Okay, also ich brauche jetzt eine Spitzhacke. Um die Öfen abzubauen. Weil die müssen ja natürlich mit ins Haus. So. Ich bin gerade irgendwie pingelig und mache hier vorne einen Eingang hin. Ach ja, hast du deine Safe-Kiste mit einem Schild markiert? Ja. Hast du. Ist dein Gebiet auch markiert, dass du da wohnst? Lobilobius steht da. Schild. Ah, okay. Sollte eigentlich zu finden sein. Ich hoffe, dass es auch zu finden ist. Bestimmt. So. Vielleicht noch meine Kohle. Macht mir jetzt auch gleich noch eine Runde drauf. So. Das sieht schon mal schön aus. So. Und jetzt fangen wir an zu so... Nein. Die Truhen gehen nicht auf. Da sie blockiert sind. Ich habe... Ich muss eins höher gehen. Jetzt hätte ich gerne ein bisschen Glowstone. Ach, ich mache das anders. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich gucke nochmal schnell, ob ich... Ja, ja. Achso. Mein Schild markiert habe. Äh, mein Schild markiert habe. Meine Kiste markiert habe. Das wird meine Kistenwand. Und das wird meine Truhenwand. Hier ersten fünf Slots da lassen, habe ich drauf geschrieben. Ja, das reicht drauf, wenn du drauf schreibst, markierte Kiste. Dann weiß man. Du darfst auch nicht mehr als fünf Sachen reintun in diese eine bestimmte Kiste. Egal. Ich habe... Habe ich zwei Tage getan, aber... Ja, habe ich auch, aber... Das ist ja viel Duell, die ich da reingepackt habe. Zeitlich, wie sieht es aus? Meine Fragen immer. Okay. So, hier habe ich eine schöne Ofenband. So. Laufen wir mal ein bisschen. Durch meine Bude. Ich glaube, ich sollte den Weg hier ein bisschen breiter machen. Kann ich da jetzt ein Schild hinpacken? Oder das dann die Truhe blockieren? Schauen wir es jetzt erstmal die ganze Kacke. Weeeeg in die... Was ist meins? Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauchen wir alles, nee... Ähm... Da ist jetzt... Was ist da drin? Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Äh, was packe ich hier rein? Das mache ich jetzt nicht. Solk. Weg. Lol! Da mache ich schon. Jetzt habe ich die ganze Scheiße wieder aufgesammelt. Im Ernst? Wegen einem fucking Leck? Oh, jetzt muss ich wiederholen. Da hier bleibt ein Stein drin. Lobio, schlag dich bitte selbst. Das wird eine sonstige Kiste, genau. Hast du dich gerade selbst geschlagen? Nein. Warst du mit Facecam? Nein. Nein? Schade. Noch nicht. Weil ich weiß nicht, wie das Leck mäßig dann aussieht. So. Das haben wir. Dann kann ich wenigstens da meine... Machen wir einen Dirt-Punkt. Einen Dirt-Punkt nenne ich den mal. Weil er außen Dirt besteht. Dirt, 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 Dirt. Dirt regiert die Dirts. Dirts, 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 Dirts. Obwohl ich Dirt eigentlich echt nicht brauche. Das ist Verschwendung für eine Truhe. Da werde ich jetzt erstmal den Setzling draufpacken. Auf der Dirt. So. Zack. Und dann hoffe ich, dass da noch einer wächst. Dies und Stein packe ich da rein. Natürlich. Klasse. So. Bauen wir nochmal in die Richtung hier ein bisschen aus. Ich möchte, dass ein mehrstöckiges Haus hier erbauten wird. Das ist Holz. Das ist Wolle. Bauen wir mal den Steinkäse rein. Zack. Dann gehen wir hier weiter. So. Limestone kommen wir nochmal hier unten hin. Basalt können wir hier hin machen. Neva machen wir hier hin. Opal machen wir hier hin. Und Pflasterstein machen wir hier hin. Und Kies machen wir hier hin. Genau. So machen wir das. So. Was haben wir noch hier? Werderwaffen und so weiter. Was haben wir denn hier noch? Theoretisch könnte ich jetzt nochmal schnell an meine Werkbank, die ich hier oben habe. Das ist dort drin. Und das machen wir. Schauen wir das hier rein. Damit ich mal eine Abgrenzung habe hier. Zack. Zack. Holz kommt hier rein. Schauen wir das zurück raus. Das brauchen wir nicht mehr hier drin. Zack. Das war ja klar. Das war ja klar, dass es auch runterfällt. Ah, jetzt habe ich das Holz wieder mitgenommen. So, das Holz bleibt jetzt hier. Das kommt jetzt in die sonstiges Truhe. Quartzpulver kann in sonstiges. Das kann in sonstiges. Netherquartz pack ich nicht in. Oh, Lobios. Lobios. Das. Das. Im Ernst? Ja, können wir auch da rein machen. Das nicht. Pilz, Apfel. Klauston-Staub. Ja, packen wir auch da rein. Ei. Samen auf jeden Fall auch. Bordet, das Fleisch können wir dann wegschmeißen. Okay, das ist runtergefallen. Das fällt auch runter. Ja, gut. Bordet, das Fleisch schmeißen wir mal schnell weg. Das braucht keine Sau. So, noch eine Minute, ne? Jo, super. So. Weggeschmissen. Mein Regenbogenbaum ist immer noch nicht gewachsen. Da habe ich. Er mag dich nicht. Da merke ich was. Du hast schon wieder runtergefallen wegen dem Decks. So. So, ich kriege das nicht ganz komplett sortiert, weil ich nicht genügend Platz habe. Dann haben wir den hier noch an Holz, eventuell gar nichts. Aber Essen habe ich hier. Können wir hier reinpacken dabei. Wohl. Dabei, dabei, dabei. So. So, jetzt packen wir das mal kurz raus. Das rein, das da rein. Ach nee, dann darf ich gar nicht hinbarren. Schade. Parn-Poach, da hin. So. So. Und jetzt essen wir doch schnell was. Brauche ich gar nicht. Gut. Ist auch in Ordnung. Holz haben wir wieder, super. Obwohl, das Essen save ich mal hier. Noch irgendwas in meinem Inventar, was wichtig wäre für mich. Zack, ey. Wir haben so viel geschafft in der Folge, finde ich. Findest du? Ja, es geht relativ, aber trotzdem. Ich finde es eigentlich recht nice, was ich gekauft habe. Na gut, dann moderieren wir mal ab. Also, ich hoffe, euch hat die Folge wieder mal gefallen. Schaut auch beim Logos vorbei. Und ansonsten bleibt nur noch eins zu sagen. Und zwar, bleib sauber und bis zum nächsten Mal. Und Leute, tschüss. Tschüss. Tschüss.